Es ist ein warmer Sommertag in Pontypenny. Norman will mit Schnuffi einen Ausflug zum Strand machen. Seine Mutter Diles entdeckt Norman am Strand. Norman, ich habe dir doch gesagt, dass die Wellen heute zu hoch sind. Ich möchte nicht, dass du heute schwimmen gehst. Verstanden? Schnell, Schnuffi. Wir gehen jetzt baden. Hilfe, Hilfe. Ich treibe aufs Meer hinaus. Schnuffi, du musst Hilfe holen. Oh, Schnuffi, mein Lieber. Was machst du denn hier? Was erzählst du da? Norman treibt aufs Meer hinaus. Keine Sorge, Schnuffi. Ich bin sofort unterwegs mit Neptun. Ich bin sofort unterwegs mit Neptun. Ich bin sofort unterwegs mit Neptun. Oh, wartet. Ich glaube, da hinten schwimmt jemand. Hilfe, Hilfe. Ich bin hier. Hier, Norman. Nimm den Rettungsring. Damit ziehe ich dich an Bord. Hier, fang. Ich habe ihn. Puh, das war knapp. Gerade noch rechtzeitig. Jetzt geht's zurück nach Pontipandy. Festhalten, Norman. Was hast du dir dabei gedacht, Norman Price? Die Wellen waren heute viel zu hoch. Es tut mir leid. Dank dir, Schnuffi, konnte ich Norman rechtzeitig aus dem Wasser retten. So, Norman. Da du ja schon hier bist, kann ich dir eigentlich auch gleich das Rettungsboot Neptun vorstellen. Normalerweise fährt das Rettungsboot ja Tom Thomas. Aber ich bin dieses Mal eingesprungen, da Tom Thomas heute frei hat. Dann fangen wir mal an. Hier ist der erste Rettungsring. Mit diesem kann man Leute aus dem Wasser ziehen. Hier noch der zweite Rettungsring. Mit Hilfe der Leine kann man die Person leichter ins Boot ziehen. Und hier ist noch ein Staufach für alle wichtigen Geräte. Ich kann das Fach mit Hilfe einer Klappe öffnen und schließen. Im Fach befindet sich ein Feuerlöscher, ein Erste-Hilfe-Koffer sowie eine Taschenlampe. Bei Einsätzen muss ich immer einen Helm tragen. Zur Sicherheit. Von hier aus kann Neptun gesteuert werden. Und natürlich auch die Sirene bedient werden. Bis zum nächsten Mal Kinder, bei einem neuen Abenteuer mit Feuerwehrmann Sam.